Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Raubtiere. Schatz, sei gut eh. Dann bring ich nachher auch die Prüfungsordnung. Ja. Oh Gott, hab ich gewusst. Ich hab auch keine. Wir müssen jetzt mal Bierteln gucken. Bierteln willst du gucken? Das ist sehr schön. Das ist ein super Sport. Bist du auch Setschen gefahren? Setschen bin ich gefahren. Kein Bierteln. Nein, aber so. Nein, lange noch hab ich nicht gemacht. Da war... ...eine andere Fahrzeuge anstrengen. Den Berg runter. Weil da kann ich ja auch sein. Ich weiß nicht. Ja, so. Ich hab selber gestreckt. Ja, normalerweise kann man ja so machen. Das ist ja Bierteln. Das ist ja die Fremde. 15 Kilometer. Oh, vorsichtig. Und dann verschließen. Aber wir wollen ja Doppelkopf spielen. Wir wollen nicht schließen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Guck mal, da kann ich sogar bedienen. Oh, das ist ja schön. Oh, das ist ja schön. Oh, das ist ja schön. Ja, gut. Gut, gut. Nur im Stink. Oh, das ist auch schön. Oh, guckst du im letzten. 2. Vielleicht haben wir es doch noch. Vielleicht haben wir es doch noch. Ich hab's gewonnen. Meine 10 hatte ich ja gehofft, dass ich sie noch ein Signal bringen kann. Die eine, die ja. Die andere eben dachte ich, genau hat geklappt. 2, ja. 3, ja. 320, äh, 420, Fuchs im letzten B6. Fuchs im letzten B6. Hm. Bisschen weit zu laufen, aber ich finde ja diese Wanderung ist so toll. Ja, gemeint genau. Wo ist denn das? Wo Heike im Ralf? Ja, da warst du ja auch mit, ne? Ja, na klar. In Hoppegarten draußen. Hoppegarten? Ja. In Hoppegarten, wo wir draußen gelaufen sind, Richtung... Wir haben Heike und Nalu... Wer ist das denn? Maike war nicht mit. Oder? Wie kam es monogun? Wir haben Heike und Nalien.